Wenn man sich das Nachtbild der Erde anschaut, dann sieht man eigentlich auf den ersten Blick, dass wir die Erde nicht so ganz unverändert gelassen haben. Und die Zahlen beweisen das auch. Die Bevölkerung hat von 2000 bis 2010 schon mal sichtbar zugenommen. Sie wird weiter zunehmen, wenn alle Voraussagen richtig sind, auf etwa 9 Milliarden. Und in der entsprechenden Zeit, lauten die Schätzungen einer Shell-Studie, wird der Energieverbrauch überproportional steigen. Also nicht mal so lang, sondern wesentlich stärker. Das hat Konsequenzen, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Beispielsweise Konsequenzen in der Versorgung mit fossilen Brennstoffen. Aber auch Konsequenzen, was die Ernährung der Weltbevölkerung angeht. Ich erinnere mal, dass der größte Teil unserer Erde von Wasser bedeckt ist. Und an die Lebewesen im Wasser denkt man eigentlich zuletzt, man isst sie. Und es ist zurzeit so, dass wir daran und drauf sind, den Fischbestand der Weltmeere zu vernichten. Den deutschen Kabeljau, den gibt es ja schon nicht mehr, das wissen Sie. Und dass der große Irrtum dabei ist, dem die Laien oft verfallen, die denken, naja gut, wenn man jetzt wieder aufforstet, wie beispielsweise bei Landtieren, dann ist das wieder rückgängig zu machen. Das ist im Meer nicht der Fall. Hier ändern sich die Habitate, es gibt andere Lebewesen, die dann eindringen. Also der Kabeljau ist nicht wieder zurückzubringen. Ja, aber was ist nun eigentlich in den Medien los? Davon wird leider nicht geredet. In den Medien wird von was anderem geredet. Das schauen wir uns jetzt mal an. Die CO2-Zunahme ist anthropogen, menschgemacht. Hier habe ich eine Messung von Kieling, die ist relativ berühmt geworden. Und wir sehen also einen Anstieg von 1960 ungefähr bis heute von 300 bis 380 ppm, Parts per Million. Damit Sie vielleicht eine Vorstellung davon bekommen, was das bedeutet, nicht alle wissen das, das bedeutet, wir haben acht Moleküle mehr in 100.000 Luftmolekülen in dieser Zeit bekommen. Also CO2 ist ein Spurengas. CO2 ist ein lebensnotwendiges Naturgas. Früher hat man das in der Schule gelernt. Heute wird das von den Medien etwas vergessen. Es ist also kein Schmutzgas, sondern wird zur Photosynthese gebraucht. Ohne CO2 gäbe es uns gar nicht. Es gäbe keine Pflanzen, es gäbe keine Lebewesen mit Schmutzgas oder Verschmutzung und ähnlichen Dingen hat das überhaupt nichts zu tun. Auch vielleicht ein kurzer Blick in die Erdvergangenheit. Wir hatten schon bis zu 18-fache CO2-Konzentrationen in sehr, sehr lang zurückliegenden Zeiten. Die Welt ist damals nicht untergegangen. Es gab keine Klimakatastrophe. Nun, wie sieht es aus im Moment? Wir haben, ich will das mal nennen, weil es so ein bisschen spektakulär ist, finde ich den Ausdruck, eine Temperaturrakete des IPCC. Die sagen nämlich aufgrund von Modellen Steigerungsraten in Globaltemperaturen voraus, die tatsächlich recht schrecklich aussehen. Also die schlimmsten Werte hier, die liegen doch sehr hoch über unseren Werten heute. Das wäre tatsächlich bedenklich. Das IPCC fordert, und zwar aufgrund von Modellen, auf die ich noch zu sprechen komme, das IPCC fordert also aufgrund seiner Vorhersagen, die allerdings hier recht hohe Unsicherheiten haben, unbedingte CO2-Reduktionen. Allerdings sind diese Reduktionen, selbst wenn man die schlimmsten Szenarien mal als gegeben voraussetzt, von verschwindender Wirkung, sie kosten viele Milliarden, sind aber vom verschwinden der Wirkung. Alle haben Sie diesen Flyer von Herrn Dr. Dittrich gesehen. Wenn man mal die deutschen CO2-Reduktionsverpflichtungen gemäß EU-Vorschriften nimmt, dann haben wir, also Deutschland, der deutsche Einfluss, 0,0007 Grad bis 2020 weniger. Diese Zahl habe ich in einem Leserbrief an die FAZ genannt, die hatte einige Resonanz, der Leserbrief hatte einige Resonanz. Kyoto bringt ungefähr 0,2 Grad weniger bis 2050. So weit, so gut. Was vielleicht auch wenig bekannt ist, deswegen ein paar Worte nur darüber, was ist eigentlich Klima, das wollen wir gleich machen und zunächst einmal, bevor ich das mache, einen kurzen Fahrplan geht ganz schnell, Klima und seine Vergangenheit wollen wir uns angucken, was ist überhaupt der Treibhauseffekt und was besagen Klimamodelle, was können Klimamodelle, dann vielleicht ganz kurz ein Blick in die Medien und dann zum Schluss ein Blick auf alternative Energien. Ja, die Frage, was ist überhaupt Klima? Nun, von vielen Leuten wird Klima mit Wetter verwechselt. Das ist aber nicht so. Klima ist laut Weltmeteorologieorganisation das zeitgemittelte Geschehen von Temperaturen, Windgeschwindigkeiten, Luftdrücken, Feuchten und so weiter über mindestens 30 Jahre. Dieser Zeitraum muss erfüllt sein. Das heißt, es ist ein statistischer Mittelwert. Ein Ensemble, ein Statistisches Ensemble, das kann man eigentlich nicht schützen. Also Klimaschutz ist eigentlich ein unsinniger Begriff. Ferner gibt es kein globales Klima. Es wird immer von Globalklima gesprochen. Das ist Blödsinn. Wir haben Klimazonen von tropisch bis polar. Das haben wir früher auch in der Schule gelernt, wurde alles vergessen. Ein globales Klima kann es nicht geben. Vielleicht ein kleines Beispiel stellvertretend. Wetter, Klima in Gegenüberstellung. Wetter sind Hurricane-Häufigkeiten in den USA-Südstaaten über wenige Jahre. Sie erinnern sich alle an den Hurricane Katrina, der New Orleans verlüstete. Die Saisons danach war nichts mehr los. Das ist also Wetter. Das hat mit Klima nichts zu tun. Klima ist beispielsweise eine bodennahe Erwärmung, irgendwo in Deutschland, um, sagen wir mal, 0,6 Grad über 100 Jahre, wenn das gemessen worden ist. Das ist Klima. Schauen wir uns mal kurz die Klimavergangenheit an. Wir wollen nicht gerade zu Adam und Eva zurückgehen, aber es ist doch interessant. Sie haben diese Folie schon einmal bei einem Vorredner gesehen. Wir haben 400.000 Jahre vor unserer Zeit bis heute und hier sind die Abweichungen der Temperaturen von heute. Das ist unsere Temperatur heute, 0 Grad. Diese Kurve ist gewonnen aus Eistbohrkernanalysen. Das Sauerstoff 18 Proxy wurde hier verwendet. Und Sie sehen, wir haben hier ziemlich regelmäßige Warmzeiten und Kaltzeiten. Jedem Physiker, der sein Geld wert ist, fällt sofort auf, oh, da ist irgendwas Systematisches da. Wenn immer sowas wiederkommt, da muss irgendwas Astronomisches dabei sein und tatsächlich so ist es auch. Diese Wechselzeiten oder diese Peaks hier können gut mit astronomischen Bahndaten der Erde erklärt werden, die in regelmäßigen Intervallen sich ändern, also Abstand zur Sonnenneigung der Erdachse und so weiter und so fort. Man lenkt das nach dem Entdecker dieser Daten Milankovic-Zyklen. Vielleicht noch, damit Sie ein bisschen einen Eindruck bekommen, wo wir uns befinden. Der Neandertaler, der lebte hier so von 30.000 bis 130 vor. Der hatte ziemlich Pech, der hatte hier nur eine schöne Warmzeit, dann war es fürchterlich kalt. Hier hat man gefunden, Reicholf von der Uni München, der Biologe hat in seinem Buch darüber sehr schön geschrieben, Flusspferde an Rhein und Temse in dieser Warmzeit. Und das war ganz schrecklich hier, das waren die Zeiten, als die Höhlenmalereien in Lascaux in Frankreich entstanden worden sind. Da gab es vielleicht ein paar 10.000 Europäer noch. Die Gletscher sind bis nach Südspanien vorgestoßen in der Zeit. Ja, wir haben, wenn wir das so ansehen, im Grunde genommen nur Kaltzeiten, 90% Kaltzeiten und nur 10% Warmzeiten. Da sind wir. Hier sind wir. Ganz zum Schluss sind wir. Das heißt, wir haben es noch einigermaßen gut, aber Sie sehen an diesem Bild, zwangsläufig, es wird wieder abwärts gehen, irgendwann. Vielleicht in 5.000 Jahren, vielleicht in 10.000 Jahren, kein Mensch weiß es, aber es wird abwärts gehen. Man muss fast sagen, schade, dass CO2 nicht oder nur sehr wenig erwärmt. Wir haben kaum Möglichkeiten, uns davor zu schützen. Wir haben, wenn wir das so ansehen, wir haben, Vielen Dank.